Luma Delicatessen Luma Delicatessen Luma Delicatessen Luma Delicatessen Luma Delicatessen Luma Delicatessen Bei Luma Delicatessen ist es uns allen sehr wichtig zu wissen, woher unsere Produkte kommen. Und genau darum investieren wir auch sehr viel Zeit mit der Auswahl der richtigen Produzenten. Es müssen Menschen mit einer starken Leidenschaft für ihre Arbeit sein. Menschen, die ihre Tiere respektieren und sie entsprechend halten. Und schlussendlich, wenn wir es auch mit eigenen Augen sehen, ob die Bedingungen unseren hohen Ansprüchen entsprechen oder nicht. Und genau darum gehen wir unsere Produzenten auch persönlich besuchen. Unser alter Freund, Mariano Garcia, besitzt 103 Kühe, 3 Stiere und 90 Kälber. Er führt seinen Hof jetzt schon in der 5. Generation und schon gleich übernimmt sein Sohn. Das macht ihn natürlich auch unglaublich stolz. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020